Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da bei einem Bauer-Hausi? Da wird ein bisschen geschneit. Um den Parkplatz zu schaffen, haben wir den Schnee mit der Plissmannwalze einfach festgewalzt. Bevor es in der Kellerbar losgeht heute Abend, nehme ich noch ein Erholungspad im Hotpot. Die Kaffeestube ist bereit, Ruhe vor dem Sturm, ganz ruhig, niemand ist gerade hier. Die Kaffeestube ist bereit, Ruhe vor dem Sturm, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Die Kaffeestube ist bereit, Ruhe vor dem Sturm, ganz ruhig, 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 ganz ruhig. Die Kaffeestube ist bereit, Ruhe. Die Kaffeestube ist bereit, Ruhe vor dem Sturm, ganz ruhig, 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 ganz ruhig. Die Kaffeestube ist bereit, Ruhe vor dem Sturm, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig.